In den Tunneln herumirrend fand Bilbo einen glänzenden, goldenen Ring. Er steckte den seltsamen Ring in seine Tasche. Da merkte er, dass er nicht allein war. Bilbo stellte sich der rätselhaften Kreatur namens Gollum vor. Sie beschlossen, das seit grauer Vorzeit bekannte Rätselspiel zu spielen. Die Regeln waren einfach. Falls Gollum das Spiel verlor, würde er Bilbo den Ausgang zeigen. Aber sollte Bilbo verlieren, bekäme Gollum ein leckeres Mal. Bald schon fiel ihm Bilbo keine neuen Rätsel mehr ein. Ist das lecker! Was habe ich da in meiner Tasche? Unverliert! Kallum! Tja, das ist mein Rätsel. Messer, schnur! Oder gar nichts! Alles falsch! Und jetzt zeig mir den Ausgang! Wir müssen zuerst etwas holen! Was habe ich denn nun in meinen Taschen? Mein Schatz! Mein Ring! Was hat er denn da in seinen scheißlichen kleinen Taschen? Er will den Ausgang wissen! Bilbo folgte Gollum aus der Höhle und fand seine Freunde auf der anderen Seite des Nebelgebirges. Aber sie waren noch nicht außer Gefahr. Ein rudelwilder Wargegriff an. Verbrennt die Bäume! Die großen Adler! Die großen Adler! Alte Freunde! Wir sind gerettet! Wieder in Sicherheit verabschiedete sich Gandalf von seinem alten Freund, dem Fürsten der Adler. Am Rand des Düsterwaldes kündigte Gandalf seinen erneuten Abschied an. Er zeigte ihnen einen Weg durch den Wald und befahl ihnen, diesen keinesfalls zu verlassen. Bald gingen ihnen die Vorräte aus. Eines Tages entdeckten die hungrigen Zwerge feiernde Elben im Wald und sie verließen den Weg. Die Waldelben verschwanden. Bilbo fand sich allein und verirrt wieder. Hallo? Thorin? Oh, vermaledeite Zwerge! Wie konnten sie sich nur im Düsterwald verlaufen? Egal. Ich sollte sie besser finden. Na dann. Hallihallo YouTube. Ich melde mich mal wieder zurück. Ja, nach gut. Wann war das letzte Video? Am 19.01. ungefähr. Ja, also nach ein paar Monaten melde ich mich mal wieder zurück. Ähm. Mit dem Let's Play. Der kleine Hobbit. Ja, diese lange Pause lag daran. Ja, ein bisschen Berufsschule und Beruf an sich. Ja. Und halt keine Zeit gehabt. Die Freunde noch dazu und alles mögliche. Und kennt man ja bestimmt selber so aus dem Privaten. Warum ich jetzt plötzlich Zeit habe, liegt daran, ich habe mir ein Muskelfaserriss zugezogen. Äh. Ja, was ziemlich... Oh. Aber da. Was ziemlich blöd ist. Aber, naja. Kann man halt nicht ändern. Auf jeden Fall habe ich jetzt erstmal wieder genug Zeit, weil ich eh nur zu Hause sitzen darf und nichts machen darf dadurch. Den habe ich mir so im Bereich der Leiste zugezogen. Für alle die, die es etwas mehr interessiert. Ja. Und so ist es halt. Darf jetzt halt wirklich nichts machen. Außer da sitzen, ausruhen, kühlen. Ja. Und sonst nichts. Ja, wir sind jetzt hier endlich im Level angekommen. Fliegen und spinnen. Was ich, als ich das erste Mal durchgespielt habe, echt scheiße fand das Level. Das ist Loris Helm. Ich hoffe nur, er ist wohl auf. Ja, hoffentlich. Weil... Entschuldigung. Weil persönlich, ja, finde ich Spinnen schlimm. Einfach nur schlimm. Bezeichnet mich jetzt ja nicht als Angsthase oder sowas. Nein, es ist einfach... Ich weiß auch nicht. Anscheinend der Ekel vor diesen Viechern. Die sind... Ich weiß auch nicht. Ich mag sie einfach nicht. Und naja. Ist halt nicht jedermanns Sache. Oh. So. Für diese kleinen Grünen... Oh. Das sind nämlich Giftspinnen. Die ich einfach gerade nicht erwische. Ähm. Versucht nicht gebissen zu werden von denen. Bei mir ist es jetzt noch nicht so schlimm, weil ich noch hier dieses rote Zeug habe. Oder Rosanna. Das geht... Das ist ja wie nochmal so ein doppeltes Leben einfach. Aber die Giftspinnen... Aber die Giftspinnen... Also die kleinen Grünspinnen sind giftig und werden euch dann auch schön, ja, giften. Dann wird euch nacheinander Leben abgezogen. Und das ist halt ziemlich blöd. Und... Ja. So. Jetzt kommen wir hier an den Fluss und... Da treffen wir zum ersten Mal auf die Sklaven. Ja. Auf diese... Ja. Unholde. Die mit den Schildern am besten mit einem... Sprung schlagt. Damit ihr erstmal das Schild von denen wegschlagt. Wie schon bei den Orks. Und dann einfach nur, ja, drauf prügeln. Und versuchen euch nicht von denen zu erwischen lassen. Die sind recht langsam. Also... Man schafft es eigentlich. Es ist genug Zeit, die wirklich zu besiegen und so viele sind es jetzt nicht. Es steht einfach... Wieder altbekanntes Prinzip... Nach jedem Mal Gegner besiegen, einfach speichern. Ja, der verrottete Baum, der wird uns jetzt ganz hilflich sein. Dafür haben wir ja Steinschen. Dann werfen wir das einfach gegen den verrotteten Baum. Und schon haben wir ihn runtergeholt. Also, den Baum. Natürlich. Die ganzen kleinen Perverslinge. So. Gehen hier rüber auf die andere Seite. Und schon sind wir auf der anderen Seite. Jetzt können wir aber auch gleichzeitig noch hier die... ganzen schönen Steinchen von da oben runterholen. Ja, die Steine. Nichts anderes. So. Springen wir als erstes hier ran. Und holen uns die Steine. Ähm... Was gibt's eigentlich so Neues? Ach ja, genau. Der Hobbit ist seit letztem Donnerstag draußen. Also heute ist der... Warte, ich sag's euch, welcher heute ist. Heute ist der 14. April. Ja, und seit letzter Woche Donnerstag ist der kleine Hobbit der zweite Teil auf DVD im Laden erschienen. So als kleine Werbung nebenbei. Ähm... Ich muss sagen, ich fand den Film echt... Ja, okay. Echt ganz gut kann man jetzt nicht sagen. Sondern er war ganz gut. Er hätte besser sein können, fand ich. Aber... Er war schön umgesetzt. Also man kann jetzt nicht allzu sehr meckern. Also wer ihn noch nicht gesehen hat, wer gesagt hat, ach nee, deswegen geh ich jetzt nicht ins Kino. Dann holt euch die DVD. Oder wenn ihr jemanden habt, der sich die DVD holt, leiht sie euch aus. Man kann ihn auf jeden Fall schauen. Also das sollte man schon mal machen. So, hier haben wir wieder eine Schriftrolle. Expertin-Sprung-Taktik. Schwert. Der Sprungangriff ist eine vernichtende Kampftaktik. Dieser Angriff fügt Feinden mehr Schaden zu als normale Schwerthiebe. Es beschädigt es weiterhin die Schilde eurer Feinde, wodurch ihr in den Kampf gehen könnt. Drückt während des Sprungs alt links, um diesen Manöver auszuführen. Um dieses Manöver auszuführen. Ja, so sieht's aus. Ich weiß nicht, warum diese Schriftrolle erst jetzt kommt. Denn dieses Org-Level, da hatten ja auch einige Orgs schon ihre Schilde. Und ich meine, da hat man's ja auch schon gemacht. Also, wenn man das nicht weiß, ist der Tipp eigentlich jetzt recht spät, finde ich. So, jetzt hoffe ich, dass ich die Truhe öffne, ohne zu sterben. Ja. Schön viel Gold. Sehr schön. Ähm, ihr könnt eigentlich wirklich hier rüberspringen wieder. Zack. Und dann rutscht ihr einfach runter, ohne dass ihr euch groß was tut. Anstatt erst wieder alles zurück oder dann hier irgendwo runterzufallen. Das kostet wieder Leben. Und, naja. Am Ende ist es vielleicht doch so blöd. Er hat kaum noch Leben. Lande dort. Oh. Ei, ei, ei. Das war jetzt dumm. Ja, das Wasser ist auch giftig. Hm. Ärgerlich. Da hab ich ganz schön was verloren. Na, okay. Passiert. Halt. Ähm. Dann müsste ich halt nochmal... ...dass ich wenigstens ein Halbwegsleben aufgeladen bekommen. Ja, das war jetzt wirklich ärgerlich. Das war natürlich nicht geplant. So ist das halt. Also, jetzt habt ihr auch gesehen, was das Wasser mit einem macht. Das ist auch ziemlich giftig. Deswegen soll man da ja auch nicht reingehen. Deswegen ja auch der Hinweis von Bilbo. Oh, das Wasser sieht aber ganz schön eklig aus. Und hier und dort. So, die Truhe öffne ich jetzt... ...erst mal nicht. Die öffne ich erst wieder. So, jetzt haben wir hier Feuersteine. Jetzt können wir die hier voll abschießen. So. Dürften wir eigentlich alle getroffen haben. Oder? Nein, da ist natürlich noch einer. Ja, gut. Ging. So, jetzt gehen wir nochmal zur Truhe zurück. Öffnen die noch. Da oben wäre sogar noch ein Pilz. Also, naja gut. Wegen den zwei Leben. Ich hatte ja letztens eine Frage von einem, ja, Zuschauer. Fand ich ganz cool. Er hat gefragt, bei diesem einen Level, drüber hin und runter durch, wird von einem Troll erwähnt am Ende des Levels. Ähm, ja, ich hab nochmal genau nachgeschaut. Ich hab's ihnen auch schon beantwortet. Das ist kein Easter Egg oder Bug oder irgendwas anderes. Diesen Troll gibt's wirklich nicht. Das ist einfach nur mit erzählt und das war's auch. Mehr ist leider nicht. Also, so ist das halt. Hallo. Wer seid ihr? Ihr seht nicht wie ein Elbe oder Ort aus. Ich bin Corbin, Jäger aus Seestadt. Hallo. Ich bin Bilbo Beutlin, Hobbit aus dem Auenland. Und ich suche meine Freunde. Habt ihr 13 Zwerge hier durchkommen sehen? Nein, aber ich sah, wir spinnen ein Dutzend zappelnder Bündel aus Spinnenseite durch dieses Netz trugen. Meine Freunde hatten weniger Glück. Die Spinnen haben alle im Lager getötet. Auch meinem Bruder. Tut mir leid für euren Bruder. Wenn ihr Öl hättet, könntet ihr diese Netze verbrennen. Ihr könntet ein bisschen aus dem Lager im Norden ruhen. Ein bisschen aus dem Lager im Norden, ja. Ähm, wir seht... Oh, um Himmels wenig. Kleiner Grabschein durch. Ähm, wie ihr seht, ihr könnt es auch nicht zerschneiden. Das Netz ist einfach zu groß. In das Feuer solltet ihr nicht unbedingt. Das zieht Leben ab. Wenn ihr dann hier das Ausrufezeichen seht, könnt ihr ja mal drücken. Ihr habt zur Zeit noch nichts. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal dieses Öl besorgen. Und der einzigste Weg, der da hinführt, ist hier. Also laufen wir auch einfach mal hier lang. Und, oh, das sind aber viele. Ja, ich denke, jetzt wird der Ring ganz hilfreich sein. Auf C aktiviert ihr ihn, wenn ihr keine Steuerung verändert habt. Zack, nehmt ihr ihn. Und dann einfach ganz fix hier durchlaufen. Ja, schafft zwar somit nicht unbedingt alle... Äh, ja, alle, alle Diamanten. Aber jetzt könnt ihr ja hier mal probieren, noch abzuwerfen. Einfach mit Steinen. Also, jetzt habe ich gerade alle Steine für eine Pflanze gebraucht. Es wäre, glaube ich, Selbstmord hier reinzurennen. Man kann es nochmal einfach den Ring ran. Und versuchen hier fix durch. Dann erst nochmal hier hinter, Ring wieder ab, damit sich der Ring auflädt. Und wieder ran. Und versuchen noch das restliche Zeug zu holen. Am besten springt ihr. Oh, da hinten ist noch einer. Zwei. Drei. Oh, oh, oh. Jetzt wurde ich getroffen. Kein Problem. Hier oben sind Pilze. So, jetzt müsst ihr hier drauf springen auf die Dinger. Und die zittern so. Äh, nein, 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 nein. Oh, geh hoch, oh geh hoch. Mist. Das war jetzt ärgerlich. Ha, zum Glück nicht viel verloren. Speichern, aber... Da hinten ist noch der Diamant. Den will ich unbedingt noch. Heißt, ihr müsst warten, bis das hier hoch geht. Wenn das überhaupt nochmal hoch geht. Aber ich glaube, nein. Den müsste man sich gleich holen. Also, hier unten lang tapseln. Äh. Na, das war jetzt blöd. Gleich mal in den Inventar. Gegengift drank. Und hier rüber gesprungen. Zack, so. So geht's auch. Ist zwar etwas... Nicht so die Art, wie man's machen sollte, aber naja. Ging halt grad nicht anders. So, jetzt nochmal speichern. Jetzt haben wir auch diesen Diamanten fertig. Jetzt geht's hier runter. Hier hinten ist eine Truhe. Ja, hier ist kein Feind. Truhe. Ui, ui, ui. Die Truhe wieder öffnen. Wenn's klappt. Ja. Ach. Um welches Willen. Noch einmal explodieren und ich bin tot. Juhu. No risk, no fun. So, geschafft. Sehr schön. Hier unten sind schon wieder zwei Pilze. Die holen wir uns fix. Fertig. So, dann geht's hier runter. Und... Oh mein Gott. Wir sind eingestürzt. Ja. Jetzt haben wir hier einen Stein. Den müssen wir etwas wegschieben. Und dann lässt Bilbo ihn von selber los. Und in dem Moment solltet ihr... Auf dieses Holz springen. Ansonst werdet ihr da unten ertrinken. Und... Das wollt ihr nicht. Hobbits sind halt einfach keine Schwimmer. Kann man halt nicht ändern. Da vorne ist das Seil. Da könnt ihr hochklettern. Und dann rüber springen. Es reicht so lange. Also ihr habt die Zeit, um bis da hoch zu klettern. Um wenigstens per Sprung dann auf dieses Ding hier zu kommen. So, dann springen wir einfach wieder zurück. Und dann am sichersten seid ihr einfach mit dem Stabsprung. Ich mach ihn eigentlich wirklich immer, weil... Also, auf so eine Distanz. Ja. Das tun die Spinnen. Und da sind auch schon wieder ein paar. Oh. Ich dachte, hinter mir ist einer. Nein, das war nur ein... Stock. Die grüne suche ich mir als erstes. Ja, genau so, wie ich es wieder nicht... Wie ich es wieder nicht geplant habe. So klappt es natürlich auch nicht. Oh. Ich habe nur noch ganz wenig Leben. Fällt mir gerade auf. Dann muss ich mir wirklich jetzt meinen Heildrang nehmen. Inventar wieder schließen. So, auch das geschafft. Ich sag's euch, hier drin ist das Öl, was ihr braucht. Aber ihr könnt natürlich, weil ihr ja fleißige Spieler seid und natürlich alles holen wollt, was es in diesem Spiel zu holen gibt. Müsst ihr jetzt hier unten in die Höhle rein. Und ich sag's euch, hier unten ist eine ziemlich große Spinne. Ab, rein. Und da ist er auch schon. Ähm, die könnt ihr nur besiegen, indem ihr immer wieder Sprungangriffe macht und dann zuschlackt. Wie Männer. Versuchen so viel wie möglich immer abzuziehen. Ihr könnt euch dann hier oben hinstellen. Oh. Ja, genau. Oh, wieder vorbeigesprungen. Klasse. Wir können natürlich auch einfach im Kreis rennen. Ähm, mit den Steinen habe ich noch gar nicht probiert. Kann ich jetzt gleich mal. Jetzt habe ich ja ein paar. Sieht nicht sehr viel Leben ab, so wie es ausscheint. Ausschaut. Nicht ausscheint. So. Ab, wieder hier hoch. Sprungangriff ist schon wieder aufgeladen. Lädt sich eigentlich auch recht fix auf. Oh. Oh, das wäre jetzt fast schief gegangen. Ach, Spinnen. Wie ich sie hasse. Oh. So, jetzt dürfte eigentlich nicht mehr viel fehlen. Ah, doch noch. Also mindestens ein. Könnten vielleicht sogar noch zwei werden. Dann dauert es aber echt extrem lang. Ja, doch. Es muss doch noch einer. Kaum zu glauben. Ah, noch einer. Ne, doch nicht. Ich dachte schon. Gut. Die Spinne auch besiegt. Dann nehme man den Stein. Und schiebt ihn. Los. So, dann müssen wir nochmal hier hin. Dürfte eigentlich schon reichen. Zack. Und dann kommt ihr hier hoch. Genau. Und dann geht es hier lang erstmal. Oh, ja. Klick gehabt. So, und dann habt ihr hier einen Ring. Oh, das muss jemand verloren haben. Der plötzlich mega riesig ist. Oh, Mann. Hei, Liga. So, erstmal wieder Heidrank nehmen. Das hat wieder ganz schön reingehauen. Ich hoffe, ich kann die auch noch öffnen, ohne zu sterben. Geschafft! Sehr schön! Alles klar, so, dann geht es hier wieder zurück. Ihr könnt natürlich auch nach unten, also runterspringen. Ich glaube, das dürfte kein Leben abziehen von der... Also von dort hinten aus nach unten dürfte eigentlich nichts passieren. Aber man kann auch einfach den Weg gleich wieder zurückgehen. So ist es auch einfach, also recht einfach. So, dann seid ihr hier, hangelt euch hier rüber und dann zieht ihr euch einfach nochmal hoch. Geht ihr an die Ecke und springt bis darüber. Könnt dann wieder mit dem Stabsprung am besten zurück. Ist halt das sicherste. So, und dann seid ihr draußen und macht hier einfach runter. Und habt es. Soweit erstmal. So, jetzt hier. Achtung, hier kommen wieder kleine Spinnen. Kleine, böse Monsterspinnen. Die wieder grün sind. Der erste getroffen. Zweite getroffen. Und die dritte, für die habe ich keinen Stein mehr, aber die schaffe ich auch noch so. Zack. Und ist auch geschafft. So, jetzt müsst ihr noch zu der Truhe und die auf jeden Fall noch öffnen. Denn hier ist, wie gesagt, das Öl drin, was ihr braucht. Das heißt, die Truhe müsst ihr einfach öffnen. Da führt kein Weg drum herum. Die geht aber. Habt ihr ja gerade gesehen, also... Ist nicht allzu schlimm. Genau, mit diesem Öl sollte man die Netze verbrennen können. Schafft man auch. Oh. Voila. Ja. Das ist auch so ein... Naja. Komische Kiste. So. Haben wir es geschafft. Da geht man jetzt erstmal dem Herrn hier. Sein Ring zurück. Denn ja, der gehört diesem Herrn. Robin, ich habe diesen Ring im anderen Lager gefunden. Gehört der euch? Der Ring meines Bruders. Der gehört unserer Familie seit Generationen. Vielen Dank für dieses Andenken, edler Hobbit. Sehr schön und Level aufgestiegen. Hier hinten wieder speichern und dann sage ich erstmal kurze Aufnahmepause. Ja, bis dann, wenn ich dann endlich dieses große Netz verbrenne und wieder auf Spinnen gehe. Also Leute, schaut auch wieder bei der nächsten Folge rein. Bis denne.